So, haben wir jetzt eigentlich was zu essen oder immer noch nicht? Ne. Hey, da sind Kürbisse. Sind hier direkt neben dem Haus. Jetzt hier die Tierenschlachtung, keine Klima, Achtung, Kinder, der ist schon, Krieg. Wir haben mich komplett ignoriert. Schon, er war so auf mich fixiert. Nicht hier, die Tierkirche in meinem Haus. Ja, ja, ja. Ich muss es eben nicht da. Haben wir Tiertötungsverbot? Ich meine, Hühner würde ich generell abraten zu töten, weil die werden dann immer den ganzen Verlauf vom Spiel, so aggro. Ja. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das klingt irgendwie etwas pervers. Sie hatten Sex. Ja, aber da du den Erfolg erreicht hast, klingt es mehr als ob du hier in Minecraft Sex hattest. Wenn dir Sand und Gäbe kommt nun. Aha. Und so brauchst du Glas. Du brauchst Glas? Was? Ja. 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 Ich habe gerade gemerkt, dass ich also noch immer hier keinen Sound habe. Tut mir leid dafür, wird gleich behoben. Ja. 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 so wo sind wir denn vorher stehen geblieben hier ich packe jetzt erstmal zwei kisten hin die ganze Nist da rein so dann machen wir mal ein paar neue Ofen Pole immer schön wegwerfen so der Grill ist am Start dann bin ich mal so gut zu euch und mach mir eine hier halt von mir aus eine Eisenschaufel dass ihr hier nicht stunden und tagelang zugucken müsst wie ich direkt durch die Gegend Schaufel von Hand hier oben würde ich auch die oberste Schicht einmal wegnehmen hier oben würde ich auch die oberste Schicht einmal wegnehmen so So, jetzt haben wir auch hier mal eine richtig angenehme Ausgangsposition, wo wir hier was bauen können, weil hier und da noch ein kleines bisschen ausbessert, das kann man dann aber im Laufe des Bauvorhabens machen, ich glaube ich möchte eine riesige Brücke darüber später, aber eins ist nach dem anderen alles, by the way, hier hat man eine richtig schöne Klippe runter, wo man vielleicht noch einen kompletten XXL Wasserfall machen könnte, das wäre auch was, das schauen wir uns mal an, wenn man richtig schön bis da nach hinten läuft, vielleicht noch ein künstliches Plusbett, ich habe hier schon wieder Pläne, dass es kracht, so 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 ich werde ich werde wohl Eichenbretter benutzen, für mein Haus habe ich jetzt beschlossen, weil ich nichts anderes da habe. so so ich überlege, dass ich nicht auch noch eine Schicht ab trage, aber eigentlich aber eigentlich überleg ich das gar nicht so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gesundheit. Ich sehe es kommen, ich stürze hier noch in den Tod. Wenn nicht jetzt, dann später. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich kenne mich. So schnell ist das Baumaterial dann immer wieder weg. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder massig Holz organisieren gehen. So, erstmal hier die Fressalien noch mitnehmen. Natürlich habe ich auch keine Axt dabei. Ich kenne die Fressalien noch mitnehmen.